Der Johnny Münster, ganz easy, 5 Kilo mit Pickel aufgebaut. Johannes trainiert ohne Hose. Da bin ich mal echt gespannt, was die Jungs uns hier mal wieder zu bieten haben für ein Entertainment. Viel Spaß mit dem Video. Connection ist ultra krass geworden, Leute. Alter. Ich habe jetzt 5 Kilo einfach zugenommen, seitdem wir zusammen trainieren. Und wenn ich so einen leichten Überschuss esse, insgesamt 4000 Kalorien mindestens. Wollen wir jetzt immer einfach reingehen. Und dann gehen wir zu Johannes. Tun so, als wären die jetzt noch nicht da gewesen. Und dann ist die Storyline ganz lustig. Reaction rein, zieht euch auch auf jeden Fall die Reaction rein auf Johnny vs. Johnny auf meinem Hauptkanal. Da gab es eine kleine Auseinandersetzung. Kann ich euch echt empfehlen. Und jetzt rein. Ey Johannes, was geht? Ey Johnny, schön, dass du auch da bist. Dann können wir ja zusammen Beine trainieren, bitte mal. Dann können wir ja zusammen Beine trainieren, oh mein Gott. Wie ihr schon den Titel sehen konntet, Leute. Mehr als 5 Kilogramm. Come on, do your set. Talk to the hand. Ja, gleich, gleich, gleich. Mehr als 5 Kilogramm zugenommen, Leute. Warum, erklären wir euch im Laufe des Videos. Richtig geil, wir ballern jetzt. Ich weiß gleich selber nicht, warum. Das ist kein Stoff. Ganz sicher. Warte mal. Was ist der Kameramann? Ich habe es auch gerade gesehen. Hast du gesehen? Ich habe es gerade gesehen, ja. Warte mal, halt mal still. 5 Kilogramm hat er aufgebaut, seitdem er mit Johannes trainiert. Johannes, Alter. Soll ich dir mal eine Anfrage schicken fürs Coaching? Ich brauche auch noch ein bisschen Masse. 5 Kilo wäre nicht verkehrt, Alter. An den richtigen Stellen. Das wäre wunderbar. So, jetzt habt ihr klare Sicht. Heute habe ich wirklich Angst, umzufallen. Das ist so ekelhaft heiß geworden. Ich habe heute die 400 Milligramm Koffein komplett ausgereizt, Alter. Mal gucken, 400 Milligramm. Johannes hat immer hier durch meinen Monitor so einen goldenen Bart, Alter. Goldenen Bart. Ja, 400. Du darfst nur 300, du wichst nur 100 Kilogramm. 400 Milligramm Koffein sind wie viel Red Bull? Ich glaube, in einem Red Bull, boah. Ein Red Bull hat 32 Milligramm auf 100 Milliliter. 75 Milligramm müsste eine kleine Dose haben. Das sind, glaube ich, 120 oder 140. Sagen wir, in einer Monster-Dose sind 150 Milligramm. Monster, aber nicht Red Bull. Red Bull hat in der Regel wie viel? 330 Milliliter, oder? Eine Dose, wenn ich mich irre. Williams Bizepsader hat einen eigenen K-Account. Geil, Alter. Endlich. Guneiden. Das heißt, so zweieinhalb Dosen. Bist du gut dabei. Wir machen jetzt sogar Beinbeuger in Liegend. Und damit fangen wir an, einfach nur ein bisschen Fokus reinzubekommen, Muskel aufzuwerben, den Muskel zu spüren und natürlich auch die Gelenke ein bisschen aufzuwerben. Wir machen danach noch mal eine... 250 Milliliter hat eine Red Bull-Dose, ja. Dann, da haben wir es schon hier. Schreibt es einer. Hast aber falsch gerechnet, mein Lieber. Das sind 32 mal 2,5 sind keine 96. Ja, 70, 75 Milligramm werden es dann sein. Falls ihr die genaue Milligramm-Anzahl wissen möchtet, müsst ihr euch bei Dr. Browser brechen, denn er pflückt noch das Koffein auseinander in einer separaten Studie. Und da habt ihr dann den genauesten Milligramm-Gehalt. Ein, beinige Bein-Bizeps-Übung. Und zwar im Stehen. Johannes hat was heute geplant. Er hat mir geschrieben, wir machen am Ende vom Training was anders. Und wenn er sowas sagt, dann sterben wir entweder. Oder ich habe ein Bein-Bizeps-Apfiff. Ich habe in meiner WhatsApp geschrieben, es wird mies. Es wird mies. Aber ich... Nö, ist geil. Schreibt es aber, ich fand ja, es wird mies geil. Achso. Ja. Okay, dann doch wieder ein positiver Reiz. Es wird ekelhaft, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Warum hast du erkennt... Der Chat rechnet immer noch für 4 Milligramm-Koffein. Alter. Diese Community ist einfach Hauptschule. Hast du eine Hose an, Johannes? Ich habe eine Hose an. Ich habe eine Hose an. Mehr Content gibt es auch Onlyfans dann. Bitte nicht, Johannes. Mach kein Onlyfans. Um Himmels Willen. Na? Ich habe eine kleine Frage. Die Musik kann ein bisschen an sein. Wir wollen nicht die Leute komplett stören. Die Musik kann ein bisschen an sein. Dankeschön. Es ist immer so nervig, wenn man eine Drehgenehmigung braucht im Studio. Und wenn da noch Musik läuft, dann kann man umsonst filmen. Dann bringt das alles gar nichts. Kannst du nicht hochladen. Schade. Extra Wünsche. Extra Wünsche. Also man sieht halt richtig, dass da was passiert, ne, Leute? Kann nicht sein, dass der 60 Jahre trainiert. Dann trainieren wir vier Monate zusammen. Und auf einmal hat er einen Beinbizeps. Ja, der hat einen Beinbizeps. Und er hat auch verdächtige Pickel am Beinbizeps. Guckt euch das mal an. Mensch, unreine Haut. Selbst an Beinbeuger. Burns McRae. Ich danke dir für zweimonatigen Support und fürs Prime-Abo, Digga. Vielen lieben Dank, Mann. Aber deine Muscle-Mine-Connection ist auch besser geworden, ne? Gerade beim Beinbizeps. Muzzle. Meine Muscle-Mine-Connection ist ultra krass geworden, Leute. Ihr kennt es vielleicht jetzt. Die, die zuschauen und Gains gemacht haben, sich zum Beispiel unten am Bein... Die Haale ist fertig. Die Haale ist fertig. Kriegt morgen TÜV. Kriegt TÜV, wird zugelassen und dann Yallah. BZ ist also anfassend so. Alter, das hat sich davor nicht so angefühlt. Das habe ich derzeit. Überall. Außer an den Nippel. Ja. Johannes hat auf jeden Fall im Unterkörper, ist der vom KFA her gefühlt viel trockener als vom Oberkörper. Das ist wie beim Posing aufgefallen. Über die Glatze hier wollen wir gar nicht sprechen. Die ist vom KFA, im KFA-Bereich von einem Wettkampfathleten. Aber die Beine waren sehr, sehr gut, sehr, sehr gut trocken im Posing. Wettbewerber nicht so. Maßglatze. Und hier ist weites Ding. Oh, da ist es schon. Bleib drin, bleib drin im Fokus, komm. Danke auf jeden Fall für die zahlreiche Zuschauerzahl hier schon nach 13 Minuten. Sehr, sehr stark. Pozdros Hamburga. Pozdravians. Und jetzt die obligatorischen drei Sätze hier. Objektiv haben wir erst drei Sätze, Leute. Die Beinbizze sind jetzt schon fertig. Wir wollen halt bei mir, sagen wir jetzt auch, ja klar, bei Johannes, Johannes hat schon alles optimiert. Johannes hat keine Ausführung perfekt, die es das jeden ist. Aber bei mir war es jetzt auf jeden Fall alles zu optimieren. Dass ich so wenig Sätze, die nötig brauche. Ja, ja, aber ich sag's jetzt auch mal, ich sag's in meiner Perspektive. Maximal Muskelnaufbau zu erreichen. Und wir haben jetzt richtig krasse Reize gesetzt in den letzten paar Wochen. Also anfangs war es ein bisschen so, okay, ja, wird besser. Und dann ab der sechsten Woche oder fünften oder sechsten Woche ging es dann richtig bergauf. Von Trainingshandel zu Trainingshandel. Jedes Mal. Mein Körper braucht ein bisschen Zeit, sich anzugewöhnen. Jetzt dachte er sich, okay, jetzt wachse ich mal wieder. Unkel Jacek, wieder krass am Fronten hier im Chat. Was soll das denn? Wir wollen Frieden hier im Chat. Das sind doch Einstichstellen, oder? Von der Nadel. Bei Jonny. Der knallt sich das Testo hinten in den Beinbeuger rein. Was meint ihr, Freunde? Wer weiß. Thorsten Step-Ups? Thorsten Step-Ups. Thor-Up. Ich nenne sie Thor-Up jetzt. Okay. Thorst-Up, nee. Thor-Up. Thor-Up, Leute. Wir machen auf jeden Fall Peterson Step-Ups. Die richtige Übung heißt so. Meine Übung heißt Thor-Up. Wir machen hier bis zu dieser Stufe hier oben. Die steigern uns von jeder Stufe hier bis zu dieser Stufe hier nach oben. Und dann gibt's auch Zusatzgewicht. Wir führen diese Übung folgendermaßen aus. Im Einbein auf der Plattform. Das andere Bein berührt den Boden mit der Hacke ganz leicht. Und wir gehen wieder nach oben. Dadurch spannen wir welche Muskulaturen. Den, äh, den, äh, den, äh. Ist ne auch sehr knie... Vastus mediales, äh, laterales. Ist ne sehr knie... Mona Komatsche, ich danke dir fürs Abo Stufe 1. Vielen lieben Dank für den Support. Ich stabilisierende Übung, ne, weil hier der Vastus sehr stark das Knie in der Bahn hält. Und der Gluteus muss auch das Knie in der Oberschnecke in der richtigen Bahn halten. Und je tiefer wir gehen, desto mehr Muskeln beanspruchen wir, ne? Bei jeder Stufe, die wir erhöhen, fühlt sich alles komplett anders an. Und es fühlt sich wie ein Kilometer, an dem man mehr machen muss. Jede einzelne Stufe, richtig krass. Der Körper ist halt ungewohnt, ungewohnt, dass es jetzt höher geht. Aber das ist halt das Geile daran. Ah! Johannes, wie sehen meine Beine aus? Scheiße! Gleichlich. Ich muss auf jeden Fall heute den Gang zurückschalten. Ich merke schon, wer ist... Marine Keriv, danke dir für 5 Abos an die Community. Vielen lieben Dank. Ist ganz schön belastet von den letzten Malen. Ich muss ein bisschen ruhiger machen. Johnny verkraftet das Training gut. Macht auch immer wieder neue PAs, weil ich merke so... Ich bin mit der Regeneration nicht so gut dabei wie Johnny. Ich bin ja auch schon ein paar Ährchen älter. Das stimmt. Um die 45 Jahre älter. Nein, Spaß. Johannes, Abi. Johannes können wir Abi nennen, so alt wie er ist. Oder Amja. Ah, Onkel. Eins. Zwei. Mh. Johannes, noch mal ganz kurz die Beine angucken. Da kannst du mal bewerten, wo ich mehr Fleisch drauf bekommen habe. Overall, einfach auch die Alte für alter Glück. Aber Beine, Hut ab, Johnny. Die sind gut fleischig geworden. Fleischig und pickelig. Ohne Scheiß, ne? Guckt euch das mal an. Da kann ich langsam einpacken. Und vor allen Dingen, was ich bei dir spannend finde, du hast auch ganz wenig Fett an den Beinen. Ja. Also an den Beinen komme ich viel Spaß dran. Immer noch Streifen auf den Quarz. Aber eine Speckditte. Aber was schaue ich jetzt? Speckditte. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, diese Streifen. Sehr geil. Guckst du dir an. Bam. Und Beuger kommt auch, ja? Also. Machen wir gleich Titelbild. Muss ich auch nochmal auf die Bühne. Fünf Kilo zugenommen. Schwanz. Äh, Beine zeigen meine ich. Bevor wir jetzt die nächste krasse Stufe erreichen, wo es richtig anstrengend wird, waren wir auf jeden Fall No Way Clear, Leute. Und zwar hier mit Geschmack. Lemon Sorbet ist leider ausverkauft. Aber wir haben... Hat 30% Eiweiß, wenig Zucker, richtig lecker. Du kommst zum Pro-Produkt. Meine Cola hat 0 Gramm Eiweiß. Schmeckt aber gut. Dazu. Und aber in der ganzen Box von den Regeln, die du auch bestellen kannst, bekommst du 10%. Und mit Code Johnny bekommst du natürlich den besten Deal. 10% nochmal extra und topzeit. 20% sparen. Jetzt auf jeden Fall mit Code Johnny. Ich hab grad hier Fenster auf bei mir. Also Rollos oben erstes Mal. Und guck so grad die Nachbarn gucken. Ja, die denken sich, was labert der da vorm PC. Ist mir aber scheißegal. Guck, weg Nachbar. Was soll das? Vorrat reicht. Let's go. 15. 15. Diese Übung ist so aufwendig. Die würde ich niemals machen. Die knallt bestimmt unfassbar. Aber die wäre mir zu... Keine Ahnung, Freunde. Wäre nix für mich. Aber wenn die Jungs damit gut zurechtkommen, Hut ab. Weiter geht's. Johannes hat viele einfallsreiche Übungen am Start. In Österreich. Oh, scheiße. Immer noch 15 Kilo weniger als ich. Mehr Stabilisation. Und mehr Grip. Hier kurz einmal abwichsen. Und hier abwichsen. Weisheit, mein Lieber. Guten Abend. Guten Abend. Ich schwitze richtig. Alles gut. Alles gut. 100 Kilo mit 70 bis 80 Kilo beim Band. Come on. Sehr schön. Garminar93. Meine Powerstage-Lieferung habe ich gestern bestellt. Kam heute schon. Aber ich war nicht zu Hause. Muss ich morgen im Kiosk abholen. Ich schwitze richtig. Ich hoffe, du hast dein T-Shirt heute mindestens dreimal gewechselt. Ja, ich war heute siebenmal duschen und habe gerade das siebte T-Shirt an. Und Bettwäsche ist nur am trocknen, weil ich sonst keine habe. Katastrophe, Alter. Ich wechsle jetzt zweimal am Tag noch die Bettwäsche. Damit es keine Pickel gibt. Das sage ich doch. Es ist erstmal warm, Alter. Tief. Perfekt. Oh, unser Supporter Will ist am Start und hat insgesamt 50 Abos verschenkt. Heute wieder 5. Ich danke dir vielmals, mein Lieber. Wahnsinn. Der Hypetrain läuft. Und abonniert selbst nochmal hier für einen Monat. Drei monatigen Support. Will, schöne Grüße gehen raus. Ich danke dir. Amen. Amen. Schön, Digga. Ja, genau so. Ich bin weiter. Ich bin im Plus bleiben. Ja, komm mal. Ja, Mann. Komm mal. Fette Legs. Fette. Fette Boss. Komm mal, Digga. Komm mal. Ja, geil. Super. Aber Beine sind beim Johannes vollkommen am Start. Sehr, sehr gut. Ich finde, das ist seine Stärke. Er sagt immer, die sind dünn, aber ich finde die gar nicht. Und die sind super. Hier noch 1 zu 1 im Tank. Genau so muss es sein. Genau so was geplant. Vater Bulle, Sohn Bulle. Stehen auf dem Hügel. Ah, Bulle. Vater Bulls Handbull. Er sagt, der Sohn zu seinem Vater. Ach so, das ist ein Witz. Okay, nochmal von vorne. Bin ich mal gespannt, was Johannes hier für einen Witz auspackt. Stehen auf dem Hügel. Ah, Bulle. Vater Bulls Handbull. Er sagt, der Sohn zu seinem Vater. Lass runterrennen. Und einer von diesen schönen Kühen penetrieren. Ah, okay. Er sagt, der Vater zum Sohn. Ruhig, Junge. Lass uns entspannt runterlaufen. Und die ganze Herde nehmen. Was ist die Pointe? Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, ist die Pointe. Alles klar. Okay. Will, ich danke dir fürs Abo. Von die Community. Weiter geht's mit dem Video. Alter. Ja, Junge. Was wollte ich damit sagen? Ich habe jetzt so verstanden, je länger du wartest, desto mehr Frauen kannst du haben. Aber, okay. Come on. Ruhig. 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 Alter. Ruhig. 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 Jetzt kommt die Überraschungsübung. Ich bin komplett am Arsch nach meinem 100 Kilo plus 70 bis 18 mit dem Scheißbein. Das ist 180 fast. Und jetzt machen wir Supersätze. Supersätze. Harkenschmidt ist aber schon eine geile Maschine, Alter. Wenn man gesunde Knie hat, dann auf jeden Fall geht oftmals gut als auf die Knie, Alter. Erst Bein strecken und dann die Beinpresse hier, ne? Achte mal drauf. Füße unten stellen. Spannung runterlassen. Nicht zu tief. Hier bis hier hin. Half-Restful Gains. Trippy, da muss ich dich enttäuschen. Da kannst du so oft spammen, wie du willst. Heute kein Patrick. Half-Restful Gains. Und dann immer kontrolliert. Und dadurch, dass wir die Beinstrecken vorher machen. Ah, das wird richtig ballern. So, du kriegst jetzt einen Timeout, mein Lieber. Du sollst hier bitte nicht den Chat vollspammen mit deinem Patrick, Alter. Was soll das denn? Das Ziel ist Metabolastress vom Feinsten. Also das Gewicht ist jetzt erst bei Sekundär. Wir bringen hier einfach Maxi Mördung rein, okay? Das ist ein ganz lustiger, du. Das wird jetzt einfach nur ekelhaft, schmerzhaft. Johannes hilft sich selber. Ja, Johannes hilft sich selber. Und jetzt. Jetzt. Fuck. Fuck. Die kleinen Mickey-Maus-Stelzen. Die passen? Kleine Mickey-Maus. Kleine Mickey-Maus-Stelzen, sagt er. Schön, freu mich schon drauf. Aber der gibt 100%. Freunde, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Johannes gibt 100% beim Beintraining. Sehr, sehr geil. Man, der ist am Ende, Alter. Wisst ihr, wie ich das vermisse, dieses Beintraining, Mann? Seit Ende Februar kann ich keine Beine machen. Wisst ihr, wie die geschrumpft sind? Meine Thunfisch hat dickere Beine als ich aktuell. Ich schwör's euch. Oh, fuck. Kick, 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 kick. Diese Übung ist hier gerade. Dieser Supersatz fand ich viel anstrengender als dieser Reverse. Egal, William, du hast Johannes beim Bankdrückbattle abgezogen. In einigen Posen auch. Komm, sag jetzt, komm. In einigen Posen habe ich ihn auch abgezogen. Aber nicht in jeder. Hackenschmidt. Wo man am Ende 2 wieder hoch machen muss. Jetzt haben wir insgesamt hier so 40, 50 wieder hoch bei einem Supersatz gemacht. Und voll für die Quads. Also, du willst jetzt, dass da richtig Schwung kommt, oder was? Ich will auf jeden Fall die passiven Strukturen ein bisschen entlasten. Weil sonst haben wir relativ schwer Hackenschmidt-Revers gemacht. Und das haben wir jetzt rausgenommen. Und jetzt haben wir Gewicht runter quasi. Mehr Metabolen Stress. Dann wollen wir das auch besser verkraftet. Aber mehr Gains, mehr Gains, nee, ne? Ja, doch, auch. Na klar, kann schon sein. Metaboler Stress gibt auch Muskeln. Mechanischer Stress auch. Es ist immer ein Mix aus beiden. Abonniert mich auf TikTok. Jarak. Einfach als nie. Immer wieder rein. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video. Und jetzt wisst ihr hoffentlich Bescheid. Ich habe jetzt 5 Kilo einfach zugenommen, seitdem wir zusammen trainieren. Richtig geil. Meine Ernährung habe ich nicht richtig krass angepasst. Ich habe sie nur ein bisschen proteinreicher gestaltet. Und wenn jetzt mit einem leichten Überschuss esse ich insgesamt 4.000 Kalorien mindestens oder maximal. Einfach nicht, dass ich zu schnell schwer werde und so weiter. Nicht vergessen, kein Abonnieren, klack da auf jeden Fall. Ich bin tot. Haut rein, Johnny Cock. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Johnny Cock, alter. Korrektes Video auf jeden Fall. Harte, stabiles Beintraining. Er hat gegaint. 5 Kilo. Und er hat sein Protein hochgeschraubt. Ihr wisst, ab wann man das Protein hochschrauben sollte, Freunde. Sobald da das eine oder andere Mittelchen am Start ist, kann man natürlich die Proteine ein bisschen hochschrauben. Weil dann die Proteinsynthese mehr aktiv ist. Wahrscheinlich ist da schon beim Johnny was im System. Wer weiß. Wer weiß, Freunde. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. Powerstage-Germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattgott William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.